. Buka pusht den Ball. Klar nimmt er den. Und wieder! Wieder mit Foul! Ist doch nicht wahr! Drittes Mal geschwang Buka mit einem möglichen Vier-Punkt-Spiel. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist Grund noch in diesem Auftaktviertel. Nächster Ballverlust Braunschweig. Und toll weggeblockt. Zeht gegen Gudmundsen. Wow! McLean mit den LJ-Kang. Boah, was ein ehrlicher Pass von Nils Giffey. Und da ist Platz. Da ist Platz. Aber nicht gegen Desi Rodriguez. Ein sensationeller Block. Er hat den LJ-Kang. Aber er hat es noch nicht gewonnen. Es gibt einen Hüttemberg. Werden Sie lassen laufen? Es ist uns nur recht. Und Taylor geht zum Korb. Geht durch! Geht den ganzen Weg! Hoches Anspiel, sehr spektakulär der Abschluss. Zählt zwar auch nur zwei Punkte, aber das war mal ein Ausrufezeichen. Da warten wir die ganze Zeit drauf bei den Frankfurtern. Oh, schöner Block! Wow! Und jetzt hat er endgültig für die Riesen das Spiel gewonnen. Robinson. Van Sloten. Oh! Uiuiuiuiui! Luke Van Sloten mit Ausrufezeichen. Was ein Ding! Uiuiuiui! Über Mahalbasic. Und das ist Isaiah Maik und das ist ein Statement-Dank. Wow! Vorbei an Schweteln. Und dann aber krachend abgeschlossen. Alle Spiele der Easy Credit BBL live. Nur bei Magenta Sport.